hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ls 19 auf der map felsbrunnen ja wenn ihr wisst ja wir haben in der letzten folge schon fertig angesehen und wir haben gesagt wir werden spritzen und das werden wir jetzt auch tun denn es ist alles voller unkraut war mist 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 ich hänge fest ich hänge fest ich hänge fest so jetzt jetzt können wir losjagen denn ihr wisst das unkraut muss vom feld runter ich hoffe es kommt auch alles weg müssen hier mal so einen kleinen schlenker fahren nächstes mal muss ich glaube ich auch anders von von anderen seite anfangen ganze unkraut muss weg was macht er denn hier der helfer was hat er denn da gemacht ok das sieht irgendwie nicht so gut aus herr helfer aber ok wir lassen erst mal machen und wir sind fleißig am spritzen ja man sieht das unkraut geht ein bisschen weg das ist sehr schön denn wir wollen diesmal auch ein bisschen besseren ertrag haben als das letzte mal denn leute wir wollen brauchen geld geld warum brauchen wir geld weil wir uns kühl kaufen wollen und ein wohnwagen wo wir darin schlafen können denn das haus das haben wir sagst du teuer aber so ein wohnwagen reicht uns erst mal so genau hier jetzt unkraut weg und zack jetzt müssen wir mal stück geradeaus sieht man das jetzt wo wir waren ich glaube wir müssen ein bisschen rüber so so müsste das ob noch ein bisschen rüber aber ich glaube so ist das schon okay ja ich glaube wenn man so ein bisschen so schräg guckt sieht man auf der linken seite ist ein bisschen weniger steht ich glaube das passt schon so wenn wir jetzt so weiter fahren dann auf der anderen seite noch mal dann weiß nicht ob wir da die wachstumsstufe abwarten und dann erst drüber fahren das sehen wir dann düngen müssen wir vielleicht auch noch mal aber erst mal spritzen war dass wir erstmal den ertrag nichts verlieren und dann können wir mal über reden zu dünnen aber leute ich will einmal ganz kurz einmal kurz moment sagt einmal aus ein foto bei euch ein foto ein foto brauchen war so leute und zack ich danke fürs foto so und weiter spritzen jetzt fahren wir einmal so eine runde jetzt ist halt die frage wie weit waren wir das ist so ohne gps mod das ist alles so pie mal daumen ich war jetzt probiert jetzt einfach hier so ein bisschen mittig zu fahren weil wir fahren ja da auch noch eine runde ich probiere jetzt einfach so pie mal daumen zu fahren müsste das eigentlich eigentlich passen wir können ja mal kurz ja speicher mal ja hier sieht es auf der karte ist es unkraut da aber ich bin eigentlich relativ gut dabei kleine stückchen rüber und dann passt das ja schon so muss das jetzt passen passt soweit und dies die andere seite machen wir dann was mit dem den feld dann müssen wir auch gleich mal gucken ob schon auf unseren gras fällt wieder was ist so zack und ausmachen dann klappen wir die mal die gute spritze zusammen dafür können wir ein bisschen lauter machen wir hören gar nicht den traktor jetzt haben wir ein bisschen traktor sound fahr mal hier rum gucken wir noch einmal kurz auf der karte ja hier fahren wir ja noch mal das passt so du bist auch gleich fertig das ist sehr schön das ist ja auch nur ein sehr kleines feld hier so jetzt gehen wir mal auf unsere grasfläche gucken wie es da aussieht ob wir da in den unkraut auch weg machen müssen noch mal und mit voll speed ich glaube nicht gedüngt 50 prozent aber kein unkraut kein feld ist ein feld ok ok dann wollen wir mal wieder weiter dann können wir da halten nicht spritzen dann können wir unseren düngerstreuer aufnehmen leute ich spürte sie brauchen bestimmt gleich noch mal und senken eigentlich würde ich das senken erstmal aber können sie auch gleich so ablassen so dann gucken wir mal war klar hier ist kein kein dünger mal darin mal was hier noch so drin ist ok das war nicht viel das ist hier noch da kann ja mal kurz auf so gedüngt 90 prozent 95 91 100 hier ist ja noch wieder unkraut wieder ein bisschen gut hier fahren wir ja noch mal rüber mit unserer unkraut spritze das machen wir ja auf jeden fall noch so dann düngen wir halt das feld da drüben noch mal schnell unseren rasen also viel ist auch nicht mehr drin so hoch auf den acker hier fängt glaube ich hier fängt das feld an kann man es noch gucken wir mal ob es was bringt 50 ne das bringt nix das bringt nix ok vielleicht bringt bei gras wirklich nur das striegel was so dann gucken wir mal auf das feld gucken wir mal wie es da aussieht da müsste auch gleich fertig sein diese hucke hier auf dem feld ein und das bin ich mal gespannt wenn wir auch kurz so ein stückchen rüberfahren naja leute wir sind ja auch doof er hat ja beim sehen schon eine eine stufe für düngen mit drin deswegen können wir jetzt auch gar nicht dünnen eigentlich in der nächsten wachstum stufe können wir erst dünnen so dann können wir hier mal schon mal dünner auffüllen dann haben wir das auch schon mal erledigt heute heute ist nicht so mein tag leute heute ne 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 ich glaube ich hätte heute nicht aufnehmen sollen heute ist ein bisschen der wurm drin oh ein bisschen platz machen dass wir jetzt zusammenrauschen so haben wir hier noch einmal dünger stehen ne ne nein e falscher knopf p big packs äh saatgut wir sind tausend ah ne sag ich doch heute ist das wollen wir kaufen na will der denn nicht kaufen diese ganzen big packs hier ne und machen wir die immer schön voll und direkt wie die drehzahl hoch geht beim beladen so und rückwärts sehr schön dann können wir abfahren aber dann haben wir heute gar nicht so viel gespritzt wie ich eigentlich dachte schade 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 so du kommst mal mit dich bringen wir schon mal zum hof dinge müssen wir glaube ich bestimmt noch einmal weil es ist noch nichts ist noch nicht ganz dunkelblau oder wenn man so guckt ist doch das das ist hellblau könnte auch schon das dunkelblau sein das ist so schlecht immer zu erkennen da komm mal her so unser helfer müsste auch jetzt fertig angesäht haben so da kommen wir mal zack drauf gleiches fertig wir können ja mal gucken auch falscher knopf wieder so da kriegen wir gerade nichts für aber 21.000 liter 1 3 hier bei der getreidemühle aber wir heben uns das erst noch mal auf ich bringe gerade 1 5 das geht gerade hoch das ist sehr schön oh er hat die aufgabe abgeschlossen auch schon wieder also der helfer wird auch nicht schlauer egal in welchem ls 19 teil der helfer wird einfach nicht schlauer na komm dann spritzen wir das gleich mal alles sauber hier so und zack machen wir erstmal hier unseren traktor sauber sehr schön komm her vorne ganz dreck raus aus dem lüfter dass die gute maschine auch heiß läuft so unsere sämaschine auch mal pflegen dass die sauber ist und von oben nach unten noch mal hier auch sehr schön dann können wir dich rückwärts rein fahren so und rum so und diese kleine steigung zack das ist sehr schön dich können wir hier hin fahren tja machen wir dich mal aus und jetzt gucken wir nochmal genau was hier los ist tja kein Unkraut 50% gedüngt aber bei der nächsten Wachstumstufe können wir nochmal Dünger draufhauen wie sieht es hier aus 80% gedüngt 100% gedüngt 60% 50% okay das verstehe ich jetzt nicht warum man nicht ganz so gedüngt ist so dich können wir schon mal was machen wir denn dann komm mal her für die nächste Folge werden wir vielleicht mal ein bisschen was verkaufen das können wir ja schon mal vorbereiten aber ich würde sagen in der nächsten Folge fangen wir vielleicht einfach mal wieder als Lohnunternehmer an zu arbeiten das könnten wir vielleicht auch machen so als erstes brauchen wir die Spritze das können wir auch schon mal vorbereiten wenn hinten dieser kleinen grünen Streifen fertig ist dann nochmal spritzen dass da das ganze Unkraut weg geht dann müssen wir natürlich einmal hoch und runter fahren wenn hier Unkraut wächst das müssen wir auch noch weg machen aber das würde ich sagen das machen wir dann in der nächsten Folge oder in der nächsten Folge fangen wir nochmal wieder an so ein bisschen als Lohnunternehmer zu arbeiten dass wir das Geld reinkriegen ich weiß jetzt gar nicht ob man Missionen in Multiplayer machen kann das können wir ja herausfinden aber Leute wir sind am Ende dieser Folge ich danke euch fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat lasst mir doch mal Feedback da oder ein Abo oder ein Like ihr wisst es ich weiß heute diese Folge war ich echt verpeilt ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge auf Wiedersehen und Tschüss wir sehen uns in der nächsten Folge